Wie ist eigentlich eine optimale Geldanlage aufgestellt? Im Prinzip wie eine Fußballmannschaft. Weil nicht ein Einzelner über Sieg oder Niederlage entscheidet, sondern Aufstellung und Zusammenspiel des ganzen Teams. Da gibt es die angriffsstarken Stürmer. Das sind Aktienfonds, die auf aussichtsreiche Marktsegmente ausgerichtet sind. Sie stehen dort, wo die Chancen auf Tore und damit auf Erfolg am größten sind. Klassische Rentenfonds bilden die abwehrstarke Verteidigung und offene Immobilienfonds den zuverlässigen Torwart. Beides sind stabile Anlageformen und eine sichere Bank für schwache Marktsituationen. Sie sichern das Feld ab und halten das Risiko von Gegentoren gering. Im Zentrum steht das Mittelfeld. Diese Fonds sind jener Spielsituation offensiv oder defensiv ausgerichtet. Über die Aufstellung entscheidet ein erfahrener Coach, der Dachfondsmanager. Er stellt für Sie das Team aus unterschiedlichen Fonds zusammen, wählt die richtige Taktik und wechselt aus, wenn nötig. Seine Strategie erhöht Ihre Erfolgschancen. Und durch eine ausgewogene Aufstellung kann das Risiko reduziert werden. So kann Ihr Team viele Tore schießen. Und Sie müssen sich nur noch über Ihren Erfolg freuen. So einfach funktioniert ein Deka Dachfonds.